Komm, lasst uns an den Höhen. Ich hab schon wieder Schlitten. Die Spiele. Mein Gott. Ist ja gut, lass mich doch an die Ruhe. Der lässt den eiskalt weiter stacken. Boah. Goh so. Good. Grüttri. Oh mein Gott. Ich hab mir auch nur den Creep genommen, weil sonst wird das nix. Ich kann mit diesem Scheiß Schickin nix anfangen. Anstatt dass er es mit drauf hat, er muss es abgeben. Oh mein Gott. Man kann nicht sagen, der spielt gezielt. Das bedeutet also, dass er wirklich fokussiert, dich hier voll abzufackeln. Ja, ja. Bei Volker, aber es geht. Boah. 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 Schon Ultra? Ja, ja. Ja, ja. Ultra bin ich. Auf jeden Fall. Ich kann das aber auch mit abfucken. Oh, das war vielleicht ganz dumm. Da war noch zu klar. Das hat sich halt durchgedischt, ne? Nice. Nein. Alter. Hätte... Hätte... Garde war die Scheiße auf Regieleki gemacht, hätten wir es bekommen. Mist. Ich bin Hyper. Ja, ne, ne. Also... Hyper, da hast du noch ein bisschen was vor dir. Das wollte ich damit meinen. Oh, voller Leben. Scheiße. Der und Hyper... Das stimmt überhaupt nicht. Wenn der Hyper wäre, dann könnte er nicht sagen, ich habe Chris Fibos gesliped und hat ihn voll so genervt, dass er mich gebannt hat. Das geht nicht. Doch, doch. Mit überlesen kann ich doch. Voll gut. Ja, 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 ja. Ich bin nicht Ryo, ich bin Benjamin. Blümchen. Der kleine Elefant. Ähm, das tut weh. Ja, Absurd macht halt auch wieder Absurd Dinge, ne? Ganz hoch geht es hinaus und dann können sie mich göttlich am Loch des Todes lecken. Schoko-Krub. Okay. Oh, nice. Ich bin ja auch nicht aktiv. Ich bin ja auch nicht aktiv. Ich bin ja auch nicht aktiv. Du bist nur aktiv, Jan. Ich bin ja auch nicht im Spiel drin. Da war's geil! No way! Wenn ich den Stun hat einfach Regis Ziel! Ich fand das jetzt gerade mega. Wieso werde ich jetzt dafür geschlafen? Weil sie es kann? Oder wer schlägt dich eigentlich? Ist das Rio? Ja, ja. Enjoy, sick. Vielen Dank für dein Follow. Oh, ich gehe wieder zurück. Erkennt mich mal. Die rennen halt voll rein. Was ist nur los mit denen? Okay. Ich bin trotzdem nichts andern dran, dass es wehtut. Komm, du brauchst... Ja, den du brauchst eigentlich. Ich habe jetzt so geil das Spiel gefunden, wo ich... Oh crap, ich muss flüchten. Oh crap, ich muss flüchten. Ich habe so ein geiles Spiel gefunden. Oh crap, ich muss flüchten. Ja, ich habe es so, wie ich AP gesehen. Ähm... Weil ich einfach zum Weinten benutzen kann, ja? Das heißt, ich kann einfach abkab irgendwas anderes machen und derzeit freuen sich. Ah... Ja, geht doch... Bleibt doch hinten, bloß, Absurd. Musik... Und das ist... Mit dem Schädig muss man auch immer alles vorzeigen. Was zwar nicht nötig ist, aber... Ja... Was sie in sich hat? Was? Nein, nein... Jetzt fängt einer eine ganze Zeit hier mit... Mal einfach... Warum? Der Schädig ist schon... Nice. Ja, ich... Das ist nicht nice. Dann tut er die Energie auch abgeben. Nice Master, das ist mit so einem Move. Jetzt habe ich es hinter mir. Oh Mann, nochmal 8.000 Schaden hier eingesteckt. Tutuk is on the rush. Oben, gerade wahr, wunderschön. Das wird sie nicht überleben. Ja, spring nochmal hoch, sehr schön. Der nächste kommt wieder. Drei Stück oben. Ja. Ja, mit Ananas. Boah, Junge. Was ist noch los mit euch? Ja, und da auch die beste Leistung abgeliefert in den Kampf mit 85 MVP Punkten. Ananas. Wink. Wink.